Liebe Bürgerinnen und Bürger, als Vorsitzender im Europa-Ausschuss des Hessischen Landtags ist es mir ein ganz besonderes Anliegen, dass die EU ihre Politik bürgernah, nachvollziehbar und transparent gestaltet. Das war in der Vergangenheit leider nicht immer der Fall, was zur Folge hatte, dass lebensfremde Verordnungen erlassen wurden. Auch hat man sich mit Programmen in Milliardenhöhe beschäftigt, die auch nicht in jeder Beziehung zielführend waren. Das hat letztendlich dazu geführt, dass viele Menschen sich von der EU abgewendet haben. Das ist natürlich ein Zustand, den man so nicht tolerieren kann. Der muss verändert werden und deswegen frage ich Sie, was muss die EU tun, um ihre Politik in Zukunft nachhaltig, bürgernah und transparenter zu gestalten.